Neues Lesefutter 2018 Hallo liebe Lesefreunde, in letzter Zeit hatte ich Bücher verschiedenster Themen in Arbeit, aber nichts Gruseliges, das kommt nun heute. Das Buch von Jonas Winner heißt Die Party und fängt erstmal ganz harmlos an. Zehn Schulkameraden treffen sich nach 30 Jahren wieder. Es soll eine Halloween-Party gefeiert werden, genau wie damals in den 80er Jahren. Doch anders als damals findet im Verlauf der Geschichte ein Gast nach dem anderen den Tod. Brennten der Gastgeber gleich als erster, noch vor der eigentlichen Begrüßung der Gäste. Vom Grundstück des Hauses kann niemand entfliehen. Es ist durch einen Fluss mit einer Fähre und durch einen Elektrozaun von der restlichen Welt abgeschottet. Die Handys haben alle Teilnehmer beim Hausverwalter-Ehepaar abgegeben, damit die Party authentisch ist wie damals. Der Aufbau der Story ist eigentlich nichts Neues. Auch früher schon gab es ja diese Krimis im Fernsehen, wo in einem düsteren alten Schloss eine Feiergesellschaft gefangen ist und einer nach dem anderen ermordet wird. Nach den ersten Todesfällen wird auch hier gerätselt. Wer ist der Mörder? Ist er unter den ehemaligen Mitschülern zu suchen? Oder könnte sich doch ein Fremder auf dem Grundstück aufhalten, der den Gästen auflauert? Der Gastgeber Brennten sagt in einem Video, dass nur einer diese Party überleben wird. Aber noch brennender ist die Frage nach dem Warum. Scheint es anfangs so, als hätte der Gastgeber seinen eigenen Tod und auch den seiner Gäste inszeniert, kommen bald Zweifel an dieser Theorie auf. Darüber hinaus brechen alte Streitigkeiten zwischen den Schulkameraden wieder auf, die man eigentlich längst vergessen glaubte. Aber kann man zum Beispiel bösartiges Mobbing jemals vergessen oder verzeihen? Liegt vielleicht da der Grund zu all dem? Aufschlussreich scheinen dazu die Rückblenden in die Vergangenheit zu sein. Die Geschichte wird aus den verschiedenen Blickwinkeln der handelnden Personen erzählt, wodurch immer wieder neue Aspekte einfließen, die bei der Suche nach der Lösung bedacht sein wollen. Jede der Personen hat ihre Geheimnisse, die vor den anderen verborgen werden. Schließlich beschuldigt man sich gegenseitig, der Mörder zu sein. Nur beweisen kann es keiner dem anderen. Luise und Nick finden schließlich noch in den alten Praxisräumen des Hauses alte Unterlagen über illegale Forschung, die Brentens Vater einst durchgeführt hat. Könnten die heutigen Geschehnisse etwas damit zu tun haben? Und was hat eventuell das Hausverwalter-Ehepaar damals wie heute zu all dem beigetragen? Fragen über Fragen und keine schlüssigen Antworten. Immer wenn man denkt, jetzt kommt man der Lösung näher, gibt es eine überraschende Wendung und alles ist wieder offen. Es ist eine gekonnt inszenierte Gruselgeschichte, die bis zum Schluss spannend bleibt. Ich hatte allerdings beim Lesen immer den Eindruck, dass da Jugendliche agieren und nicht reife Persönlichkeiten, welche an die 50 Jahre alt sind. Ein älterer würde, so glaube ich, in vielen Dingen überlegter handeln und sich zum Beispiel nicht unbedingt sein Handy vor der Veranstaltung abnehmen lassen. Oder aber einfach verschweigen, dass er eins dabei hat. Vorstellen konnte ich mir auch nicht recht, dass man mit knapp 50 Jahren überhaupt noch in albernen Halloween-Kostümen herumläuft und von sehr weit her zu einer solchen Party kommt, vor allem wenn einen mit dem Gastgeber schon früher eigentlich keine innige Freundschaft verbunden hat. Auch Brentens akrobatischer Sprung mit dem Kronleuchter ist mir etwas zu jugendlich, zumal er, wie sich später herausstellt, bereits schwer krank gewesen sein soll. Das sind so ein paar Sachen, die mir nicht so ganz schlüssig vorkamen, aber der Geschichte keinen allzu großen Abbruch tun. Über den Autor kann ich nicht allzu viel sagen. Jonas Winner wuchs in Berlin, Rom und den USA auf. Er studierte in Deutschland und Frankreich und promovierte über die Spieltheorie. Danach arbeitete er zehn Jahre lang als Fernsehjournalist. Es folgten Drehbücher fürs deutsche Fernsehen und Romane. Mit dem Erfolgsroman Berlin-Gothik gelang Jonas Winner der Durchbruch als Spannungsautor. Wie die Geschichte nun ausgeht, kann ich natürlich nicht verraten. Daher wieder viel Spaß beim Lesen und Kombinieren. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017